Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Domain Modul. So, das Domain Modul ist das, was man jetzt vielleicht als normal vielleicht so ein bisschen empfinden könnte, aber es muss nicht unbedingt normal sein, wie wir es letzte Mal und vorletzte Mal schon bewiesen haben sozusagen. Es gibt nämlich noch das Transaction Script und es gibt das Table Modul. Das Domain Modul jetzt ist allerdings das, was man sich so ein bisschen unter objektorientierten Arbeiten vorstellt und das ist eigentlich auch das, was man machen sollte, weil man sehr komplexe Domain Logic im Endeffekt hat. Deswegen Domain Logic Patterns und ja, im Endeffekt wird hier alles als Extraklasse modelliert. Das heißt, das Produkt ist eine Extraklasse, der Warenkorb, in unserem Fall Goodies, sind eine Extraklasse und es gibt eine Fassade zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel jetzt hier, Achtung, die sozusagen den Zugriff darüber ermöglicht und die Fassade redirectet dann sozusagen die ganzen Zugriffe und die Goodies und die Product Klasse, die haben dann direkt Zugriff auf die Datenbank und können dort dann eben zum Beispiel ein neues Produkt hinzufügen oder einen Produktpreis auslesen und so weiter und so fort. Das bedeutet, das ist jetzt so ein bisschen das objektorientierte, allerdings Nachteil natürlich, wir haben hier den Datenbank Zugriff verteilt auf sehr, sehr viele verschiedenen Klassen und es könnte sehr, sehr komplex werden, wenn wir hier jetzt irgendwie was in die Datenbank speichern wollen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Add Product machen und das Produkt muss auch wirklich in die Datenbank eingespeichert werden, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass ein Product, also wirklich ein Objekt, eine Instanz der Klasse Product hier unten, also wirklich ein, ja, eine wirklich objektorientierte Lösung muss irgendwie in die Datenbank abgelegt werden und das ist gar nicht mal so leicht. Allerdings ist das nicht Thema des Domain Modules. Das Domain Module beschreibt einfach bloß, dass die Logik innerhalb, also die Logik von diesen Konzepten und von den ganzen Strukturen und Calls und so weiter und so fort bleibt in den jeweiligen verantwortlichen Klassen, was ja eigentlich, was wir schon alles gelernt haben, was eigentlich ganz gut ist, wenn man das so macht. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, dass wir die Daten irgendwie in die Datenbank bekommen und es ist auch nicht ganz so einfach, wenn man mit Objektorientierung nicht so vertraut ist. Allerdings skaliert es deutlich, deutlich besser, wenn wir irgendwie eine sehr komplexe Anwendung haben und das ist im Endeffekt auch schon alles zum Domain Modul. Achtung, ich habe noch nicht drüber geredet, wie diese Daten jetzt in die Datenbank kommen und wie wir die dann irgendwie handeln oder sowas. Da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Lösungen. Ihr werdet sehen, ich habe euch am Anfang bei den Domain Logic Patterns erzählt, dass wir hier mehrere Aspekte betrachten müssen und da jeweils mehrere Optionen haben. Das waren jetzt die ersten drei Optionen, die wir haben. Wie gesagt, wenn es irgendwie möglichst einfach sein soll, dann nehmt das Transaction Script. Wenn es so ein Mittelkomplex ist, sage ich jetzt mal, dann nehmt das Table Module und wenn ihr wirklich eine sehr, sehr komplexe Anwendung habt, dann nehmt ihr am besten das Domain Module. Klar, das ist natürlich, ja, irgendwie schon fast selbstverständlich, aber ich möchte es natürlich trotzdem nochmal erwähnen. So, nächstes Mal machen wir dann weiter auch in die Richtung, wie gesagt, ihr müsst diese Module oder dieses Domain Module mit irgendwas noch kombinieren. Das werden wir dann uns beim nächsten Mal anfangen und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.